So, herrlose und willkommen zu einer Folge von Ark Genesis Und ihr seht auch schon, Spider-Man freut sich richtig, genau Den hatten wir ja tatsächlich auch letztes Mal gezähmt, wo wir im Spinnenwald waren Und über 10 Spinnen gezähmt haben, also quasi unsere erste Spinnenarmee Und viele von euch meinten ja auch, hey, es ist kalter, du hast jetzt nun einige Biome gefunden Wie wär's denn mal mit einem kleinen Ausflug ins Schnee-Bio Und ich dachte mir, hey Leute, das wär einfach richtig cool, wenn wir einfach mal, ja Einen kleinen Abstecher machen, ne, mal schon, was es hier so alles gibt, ne Und natürlich auch unseren Spidey mitnehmen, der natürlich auch sehr stark ist, wie man hier sehen kann, Leute Also mit dem kommen wir gut voran, sogar noch fast besser als mit einem Tabby Ne, von daher, Leute, ist es ziemlich cool Und ihr seht auch schon, Leute, was er nämlich jetzt machen kann Ist folgendes So, genau, er kann sich ranziehen Kann dann seinen Target anvisieren So, Leute, ihr seht auch schon, so frisst er seine Beute Ne, genau Das Pferd schwebt in der Luft, kann sich nicht wehren Ich meine, die können theoretisch fliehen, aber nein, Leute Nicht gegen Spider-Man So, der tatsächlich ihnen das gesamte Blut entzieht Es dauert zwar eine Weile, weil Spidey nicht so viel Medi hat Ne, aber, Leute, es lohnt sich Deswegen theoretisch müsste ich Spidey noch mehr auf Minis kennen Aber, Leute, ihr seht schon hier Das hat geklappt 172 und wir haben theoretisch jetzt noch ein bisschen Zeit, um uns ein bisschen Pelz für unsere Rüstung zu sammeln, Leute Genau, in dieser Folge dachte mir auch, wir werden etwas ziemlich cooles machen heute Und zwar werden wir versuchen, einen Ferox zu zähmen Einen kleinen Racker, der aber sich verwandeln kann in eine übelst, ja In eine übelstarke Kreatur Und, ja, diesen kleinen Löwen Wollen wir dann auch heute versuchen zu zähmen Oh, ja, Leute, das habt ihr jetzt gerade gesehen Ähm, genau Es ist nur die Frage, wo er sich aufhält Und zwar gibt es ihn theoretisch, rein theoretisch im gesamten Schneebium Allerdings Gibt es einen Ort, wo er besonders häufig ist Genau, einige sagen auch, dass es tatsächlich ihn nur an diesem Ort gibt, ne Das sieht einfach richtig cool aus, wie die Spinne hier fliegt So, Leute, haha Also damit kann man schon richtig Spaß haben Ich glaube auch PvP-mäßig Und apropos PvP Viele haben mich auch gefragt, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Server Und die IP ist tatsächlich in der Beschreibung verlinkt Das heißt, jeder von euch, der Genesis hat, darf gerne mitmachen Und wie gesagt, schreibt mir aber dann nochmal einen netten Kommentar Und einen Daumen nach oben, wenn ihr mitmachen wollt Dann kommt ihr nämlich auch auf die Whitelist Das heißt, selbst wenn der Server mal voll sein sollte Habt ihr dann immer noch die Chance mitzuspielen Aber gut, Leute, dann können wir uns jetzt hier noch weiter visieren Oder aber, Leute, wir brechen auf und suchen die Feroxe Wir sehen schon, hier gibt es tatsächlich einige Missionen, die wir auch machen könnten Aber ich denke mal, Missionen, Leute Das heben wir uns noch für später auf Erstmal wollen wir schauen, wo es denn lang geht Und ich weiß ungefähr, wo die Höhle sein soll Es gibt so eine Höhle, die sogenannte Ferox Cave Der offizielle Name ist, glaube ich, anders Aber, Leute, daran kann man sich schon ziemlich gut orientieren Und dort gibt es besonders viele Feroxe Der einzige Nachteil, es gibt dort auch Dyerbeeren Und wir wissen alle, dass Dyerbeeren ziemlich, ziemlich nervig sein können Und nicht nur Dyerbeeren, Leute, sondern auch, ja Dyerwölfe, natürlich So Und Polovias Aber gut, Leute, dann wollen wir jetzt Erstmal nach oben und schauen, ob wir hier überhaupt auf dem richtigen Weg sind Weil an sich ist die Höhle gar nicht so schwer zu finden Wobei, naja Wir werden aber erstmal hier, ich glaube, diesen Ich glaube, das ist nämlich noch ein Glitch, den werden wir erstmal angucken Aber wir sind hier, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg Hoffe ich zumindest So Genau, es backt gerade ein wenig Aber wir können einfach drum laufen, Leute Es ist noch gerade ein Terrorbird da Sollte aber kein Problem sein Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt Was uns diese Störung zu sagen hat Oh, und neues Level, super Genau, Leute Ihr seht schon Hier in Genesis kann man tatsächlich auch relativ schlecht Strukturen bauen Wir haben es ja schon gemerkt Im Moor ging es relativ schlecht Da wo wir jetzt sind Auch eigentlich nicht so gut Und genau Die hat auch gerade gesagt, warum das eben der Fall ist Und oh, Leute Schaut euch an, den wir hier haben Wir haben hier tatsächlich einen kleinen Ferox Und die Spinne visiert auch gleich an Rot Rot wie der Feind Aber theoretisch, Leute Könnten wir nun versuchen, diesen kleinen Racker zu zähmen Das einzige Problem ist, theoretisch könnte er sich verwandeln In einen super großen Super Ferox Der uns dann zerfetzen würde Aber, Leute Ich habe ja zum Glück auch nichts dabei Mit dem wir uns wehren könnten Ähm Ich habe tatsächlich gar nichts dabei Ähm Nicht mal eine Pike Nicht mal ein Storchenschwert habe ich zumindest Aber ich habe leider keine Flinte Ist auch ein großer Fehler Ich hätte theoretisch eine Flinte mitnehmen müssen Ähm Aber ja, Leute Das sollten wir uns vielleicht mal zeitnah craften Aber gut Genau Leider haben wir noch keine Beton Zweite kriegt man nämlich erst mit Level 63 Aber gut, Leute So, jetzt sind wir hier Kleiner Ferox Der war doch Vorher noch hier Oder? Genau Bei dieser Höhe Theoretisch müssten die sein Jetzt ist schon da Kommt noch einer Auf uns zu Ganz niedlich Und Oh, oh, oh Der wird es doch nicht Ja Ist der jetzt schon bewusstlos? Der ist weg Hä? Okay, das ist wahrscheinlich wieder in die Höhle gerannt, Leute Und apropos Höhle Ihr seht schon Man sieht gar nichts Aber Sobald man reingeht Wird auf einmal Alles Sichtbar Genau Und diese Höhle ist sehr gefährlich Weil es gibt ja wie gesagt Ähm Einiges an Kreaturen Das ist schon hier Ist auch sogar ein Haus-Symbol Ich weiß nicht, ob hier jemand Hier schon ein Bett hat Aber Leute Sieht schon Hier ist alles tatsächlich voll Und will Pech haben Oh Nein, nein, nein Okay, okay Wer will jetzt nämlich ganz viel Pech haben Verwandelt er sich Er hat sich nämlich gerade so erhoben So nach dem Hey Ich verwandle mich jetzt In einen Superferox Aber nein, Leute Noch sieht es gut aus Der ist nämlich gerade im Fluchtmodus So die Frage Wohin er flieht Denn wenn wir Pech haben Flieht er wohin Wo wir Probleme haben So, Leute Also Nimm dies Okay, Leute Und es lag auch gerade ein bisschen Aber Da ist er, Leute Und Pevustus Perfekt, Leute Perfekt Wir können jetzt theoretisch ziehen Ich werde noch einmal kurz meine Batterie wieder anschließen Vom Laptop Oh, nee Ist automatisch jetzt okay Funktioniert wieder Oh Weil ab und zu Ich habe nicht mit dem Wackelkontakt drin Aber okay, Leute Ist jetzt wieder übernetzt Teil Und da ist jetzt auch noch ein zweiter Ferux Und das Problem ist Der könnte uns jetzt gefährlich werden Der könnte uns das Ganze jetzt versauen Wenn er nämlich jetzt gerade mutiert Zum Superferux Aber nein, Leute Der scheint zu fliehen Wir werden aber trotzdem noch bewusst ausschießen Sicher ist nämlich sicher Und vielleicht können wir dann auch gleich zwei zähmen Hallo, mein Freund Wobei, okay Der will Aha, der will tiefer in die Höhle rein Das Problem ist nur Ähm, klar Es gibt dort mehr Ferux Aber es ist dort auch deutlich gefährlicher Dire Wölfe Polovias Dire Bären Mist Und wir treffen nicht mal, Leute So Ich hatte ja schon mal erwähnt Dass ich ein Ping-Problem habe Dadurch ich diesen sehr hohen Ping habe Ist es tatsächlich sehr schwer zu treffen Aber, Leute Huch Theoretisch müssten wir doch noch eigentlich getroffen haben Oh Perfekt So, Leute Das ist auch tatsächlich Level 116 Das ist gar nicht mal so schlecht Das ist eigentlich ziemlich gut Und wir werden dem jetzt einfach mal Das hier geben Ne Ich hoffe, das ist genug Ne Und Ja, Leute Das reicht tatsächlich So, wir nehmen den mit Haben nun einen Ferux-Level 173 Nice, Leute Und schaut ihn euch an Der ist tatsächlich weiblich Ne Eine Ferux-Dame Und ihr seht auch schon hier Da steht 0 von 1 Element erforderlich Um ihn nachher mutieren zu lassen Zum Super-Ferox-Element Haben wir aber leider noch Nicht Es gibt Man kann die theoretisch auch mit Element zähmen Ne, die man dann quasi Element in seinem Inventar hat Und alles Aber Wie gesagt Bis wir nachher Elemente haben und alles Das wird noch eine Weile dauern Genau Bei dem müssen wir jetzt auch aufpassen Ich denke, wir werden den gleich mal mitzählen Wir haben nämlich tatsächlich ein paar Samen gehabt Drei Stück Und Ja, Leute Haben jetzt nun ein Ja, zwei weibliche Und Hoffentlich dann auch noch gleich ein männlichen Vielleicht Wenn hier jetzt noch einer ist Ne, theoretisch Sind hier immer relativ viele in dieser Cave Aber Wenn man Pech hat Ist halt eben auch alles voll mit Diarwölfen Oder Diarbeeren Gut, aktuell ist aber alles frei Genau Hier ist aber jetzt Genau, es waren glaube ich Die einzigen zwei Wie gesagt Wenn wir jetzt noch tiefer reingehen würden In die Höhle Würden wir vielleicht noch mehr finden Aber, Leute Ich bin mir nicht sicher Das könnte nämlich vielleicht Zu gefährlich sein Aber schaut ihn euch erstmal an, Leute Ne, das ist ja nun Ein kleiner Ferox Ne, total niedlich Der wagt hier ein bisschen fest Aber unser anderer Ferox Ne Der hier Ist total niedlich Ne Schaut ihn euch an, Leute Zwei kleine Feroxe Und diese zwei kleinen Feroxe Wie gesagt Ich wünsche wirklich Die wären männlich und weiblich Dann können wir die nachher paaren Haben natürlich auch Namen verdient, Leute Das heißt Schreibt mal einen coolen Namen In die Kommentare Ne, wie sollen wir unsere zwei Feroxe nennen Ich glaube, ich werde erstmal Ganz kurz noch ein bisschen weiter gucken In die Höhle ganz vorsichtig natürlich Ob da vielleicht noch irgendwas ist Ja, ich sollte vielleicht schleichen Das kann nämlich sehr schnell Sehr gefährlich werden, Leute Aber gut So Okay Aktuell ist noch alles gut Ich höre einen leisen Sturm Aber Es scheint Ruhig zu sein Ich sehe auch schon jetzt Dass ich einen sehe Das sieht mir jetzt nicht so Ich meine, klar Das könnte jetzt aus jeder Ecke Hier im Polo wieder rausspringen Aber Da sieht man sich gar nicht so gefährlich aus Ne Weil es hier Diesen großen See Es sieht relativ warm aus Ähm Aber ich nehme einfach mal an Dass sich das meiste Ungetüm einfach hinter diesem See Befindet Dass man einfach Wenn man jetzt hier weitergehen würde Ah, ne Da sind noch mehr Und Oh nein, Leute Der guckt schon so Und ist auch weiblich Der guckt schon nach dem Motto Okay, erst kalte Wenn ich dich gleich finde Werde ich mutieren Zum Super Ferox Und nicht töten Ähm Aber gut So, ansonsten Was haben wir hier in dem Wasser drin Wollen wir lieber nicht reingehen Ja, das ist nämlich kalt Ähm Und weiter in die Höhle Ich weiß nicht Ich meine Die Versuchung ist groß Ne Aber wenn jetzt der gleich mutiert Und uns jagt Dann ist es nicht mehr wir Sondern auch unser Ferox Den wir dabei haben Okay, wenn wir dann ganz kurz Einmal gucken Hier werden wir genug Stamming Und genug Movement Speed Und jetzt ist es nicht Hier Leute Das ist sie nun Die Höhle Die Höhle der Ferox Und Ich weiß nicht Wie die gesprungen ist Wow, Leute Schaut euch das an Was ist da hinten Dyerbeeren Sind zwar jetzt nicht so Hohes Level Leute Aber es sind Dyerbeeren Und Dyerbeeren sind Dyerbeeren Ne Und ich habe keine Flinte dabei Und auch Irgendwo ich habe eine Grappling Hook Aber ich glaube Die kann man in den Höhlen Nicht verwenden Ich weiß nicht Ich habe es noch nicht Ausprobiert Aber Leute Ihr seht schon Das wäre es hier Wir haben genug gesehen Da war der Dyerbeeren Und wir hauen ganz schnell wieder ab Wir werden die Höhle Irgendwann nochmal machen Ne Vielleicht mit ein paar Tribe-Membern Ne Also wenn ihr gerne mitmachen wollt Sagt Bescheid Aber Leute Alleine ist das glaube ich Hier nichts Ne Wir nehmen unser Ferox mit Es hat Spaß gemacht Und Okay Ist das unser Oder ist das ein Wilder Der da gerade rumhüpft Das ist ein Oh Männlich Leute Vielleicht sollten wir ihn mitnehmen Und einfach nur hoffen Dass jetzt auch nicht Zusätzlich ein Dyerwolf gespawnt ist Aber Na wo bist du mein Freund Hm Da ist er Leute Hallo Okay Ich weiß auch nicht Genau Zu welchen Zeiten Die eben mutieren Zu den Monstern Ob das Nur nachts ist Oder ob das quasi ist Wenn die sich in Gefahr Befinden Ähm Das ist noch so eine Frage Die wir lösen müssen Okay Leute Ich hab keine Pfeile mehr Schade Da würde ich sagen Wir werden aufbrechen Es hat sich auf jeden Fall gelohnt Wir haben zwei Ferox Und die sind nicht mal schwach Ich mein klar Es ist ähnlich wie mit den kleinen Füchsen in Scorched Earth Selbst wenn man die mit einem sehr hohen Level Nachher Oha Also sind alle ziemlich stark hier Wenn man die auf einem hohen Level ziehen Sind die dann trotzdem sehr verwundbar Aber das coole an denen ist noch Dass sie sich halt wehren könnten Wenn wir eben Element hätten Weil an sich Wenn wir mal jetzt mal gucken Haben die von den Stats her Nicht so krasse Stats Aber Leute Wenn die nachher mutieren Dann sind sie krass Relativ Aber gut So jetzt sind wir wieder draußen Aus der Hülle Und da sind sie Leute Unsere zwei Ferox Das hat alles geknappt Das heißt wir können wieder zurück zu Spidey gehen Und dann heim zu unserer Base Und ja Leute Genau da ist er noch Der kleine Ferox Der hier im Sonnenlicht Sieht auch richtig niedlich aus Und wenn ihr das selber meint Leute Dann schreit zurück Und dann gebt einen Daumen nach oben Und vergesst natürlich nicht Die zwei Namen Für unsere Racker Und ansonsten Ja Leute Was ist dann wieder Macht's gut Und bis zum Nächsten Mal